Heute habe ich japanische Takoyaki Chips. Und zwar von Frito Lay. Takoyaki sind, wenn ich jetzt kein Quatsch erzähle, Teigbällchen gefüllt mit einem Oktopusstück. Also ich hoffe, dass sie ein bisschen fischig schmecken. Weil ich sowas schon mal gerne probieren würde. Nach Fisch schmeckende Chips. Mir ist aufgefallen, dass die japanischen Chipspackungen immer ein bisschen dicker sind. Und man sie auch nicht so normal aufreißen kann. Die riechen richtig gut. Richtig in Richtung gegrilltes oder Barbecue. Jetzt weiß ich, woher ich den Geruch kenne. Und zwar habe ich auch in meinem Video. Und zwar ist das Yaki Soba von Nissin. Diese Instant Nudelsuppen. Offenbar ist das diese Yaki Soba Soße. Oder könnte das hier sein? Richtig lecker. Leider nicht fischig, aber sehr sehr gut. Hm. Möbel. 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 Wöbel.